Wahrscheinlich waren wir jetzt auch so mega unauffällig, dass es jeder mitgekriegt hat. Treppe hoch. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut hier. Ah, ja, 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 ja. So was haben wir denn hier schickes. Hatten wir die schon? Na, die verzieht mir zu dolle. So, hier mal auch Blick rüber. Nix. Ah, so, weiter geht's. Auf in den Strumpf. Grafikfehler. Spiegelung? Keine Ahnung. Speicherpunkt auf jeden Fall. So, erreichen sie das Zielgebiet. So, jetzt möchte ich gerne ein Scharfschützengewehr haben und zwar ein richtiges Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Oh, ich kann mir wieder was Schönes aussuchen. Was könnten wir mal mitnehmen? Iger, Flugabwehrrakette, die mittlere Distanzen, Mobilitätskills gegen... Stinger. Ich glaube, ich nehme die Stinger mit. Wir müssen angreifen, Feuer einstellen, verdammt. Ja. Das ist jetzt die gute Frage. Hier nochmal schön um die Ecke rumgelinst. Und die Frage ist, was machen wir hier? Verlassenen Hangar, finden sie ein Fahrzeug für die Abholung, markieren sie Flugplätze auf. Oh, für einen Raketeneinschlag. Geile Sache. Also hier durchzusneaken, wird doch im Leben nichts. Oh, Kacke. Es werden immer mehr und nicht weniger. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber okay. Eier, egal, ne? So, ja, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich sowas von tot. Schnauze da hinten. Weil das Ding hier bringt ja mal gar nichts. Wenn ich nachladen muss, bringt mir das auch nichts. Wieso kommt es mir so vor, als wenn alle nur auf mich schießen? Schon wieder Granate? Ich kriegst das Reihen hier. Hm, funktioniert gut. Granate! So, dann wollen wir jetzt nur mal. Aua. Hör doch mal auf, mich zu treffen hier. Was zum... Hä, hä. Hä, 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 hä. Komm, zeig mir dein Köppchen. So, der ist weg. Der ist weg. Der ist auch weg. Ei, Karamba. So, habe ich jetzt kurz einen Moment Zeit. Vielen herzlichen Dank. Ähm... Mä, 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 Airburst. Ja, komm, passt schon. Munition sollte man es auch nochmal mitnehmen. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt sollten wir los. So, Sneaky Attack hat wieder wunderbar funktioniert. Oh, da ist irgendwo noch ein Gegner. Oh, da ist noch einer. Na los, komm! Weg mit dir. So. Hä, 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 la, 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 la. So, mal wieder einen Blick rüberwerfen. Vor allem, ob es da hinten wieder irgendwelche unerwarteten Überraschungen gibt, ist dato nicht. So, los, Jungs! Okay. Okay. Eieieieieieieieieieieieieieieie. Nun! Ja, da müssen wir leider näher dran. Zumindest ich mit diesem Gewehr hier. Deswegen jetzt ein Scout oder sowas auf die Distanz richtig schön Und warum schießen hier einer nach den anderen? Ey! So, dann wollen wir doch mal... Wollen wir mal? Wollen wir mal den da machen? Yeah! Autsch! Das war nicht schön, aber ich habe ihn gut getroffen noch. So, die sind auch erledigt. Äh! Da haben wir noch zwei mögliche Ziele. Wir sind hier so aufs Korn. Du, was ist das? Nein, nicht schon wieder Granaten. So. Nein! So, jetzt erstmal wieder Ruhe in den Karton hier reinkriegen. Treffer, aber hat nicht gereicht. So, der hat aber gereicht. So, können wir jetzt... Ist hier noch irgendwo mal Munition zu holen? Mach ich's Tor auf. Ja, ja, immer muss ich... Bitteschön, die Damen! Da geht's raus! Ja, genau! Ich muss die Fähre jetzt abfeuern! Warum zum Henker fährst du? Hm. Besser, als wenn ich fahre. Okay, los, los, los! Herr mal, lass mich sagen. Was machst du der Sabotage? Nochmal! Mal ganz ehrlich, warum haben sie das Fahrzeug nicht zuerst angemacht? So, und du auch noch! Hey! Ich will auch spielen! Hey! Jei, 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 jei! Wow! Alleine die Splitter müssten so ziemlich jeden in diesem Fahrzeug töten! Nett! Sehr schön! Ei, ei, ei! Peggy! Oh, nicht der Nächste! Hm. Als wenn ich's mir nicht schon gedacht habe. Na gut. Ja, muss das immer sein. Das gibt auch solche Kopfschmerzen. Oh, 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 oh. Ha, ja. Da hat die gute Dame uns wohl gehörig vergeigt. Äh. 22 Marines beim Angriff gefallen. Wir haben nicht genug Ressourcen um alle Verbundeten. Das von Sheng kontrollierte Gebiet liegt hinter uns, Doktor. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen all unsere Leute einsatzbereit. Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten. Oh, Scheiße. Okay, okay. Was noch? Wenn Sie erwischt werden, wie stehen die Chancen? Werden wir Sie vermutlich nie wiedersehen. Hm. Außer wir schaffen es, uns selbstständig zu befreien. Ja, da wird's wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Ah, Wasserfolter. Na, hurra. Nur Name und Dienstgrad. Mehr sage ich nicht. Oh, Mann. Deine Mutter heranzunehmen. Hm, nettes Spielzeug. Ah ja, ich bin noch da. Noch bin ich da. Oh, Mann. Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast, Max. Hau. Katamishashi! Wait. Rekka! Rekka! Auuuutsch! Aua! Und jetzt wissen Sie auch auf jeden Fall, wo der ist. Wer es auch immer ist. Sag das sei dein Name. Du weißt etwas über... Ging-Jay. Ich höre Sie reden. Über die. Über Ging-Jay. Sag das was. Ehh. Mein Kopf. Aua, aua. Aufwachen! Ja, ja, ich bin noch da. Hab ich schon vergessen? Aha, Toil. Willst du dein Land mit dich retten? Nope. Oh, Mann. Du wirst hier verrotten. Du hast keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Hallo, Rostge. Naja, zumindest ein... Gefängnistypisches Messer. Ups. Du bist stark. Und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Also vertraue ich dir. Verstehst du? Naja. Nicht unbedingt. Oh, gut. Wenn du es von dir behauptest, dann wartet man nicht darauf, dass man im Gefängnis drückt. Massive, stabile Bauweise. Was ist hinter dieser Mauer, ha? Gefängnis oder frei? Ja, wir werden es, glaube ich, herausfinden, ne? Okay, eigentlich wollte ich jetzt eine Aufnahmepause machen, aber die scheint mir noch verwehrt zu sein. Erstmal dürfen wir wahrscheinlich hier noch hochklettern. Ja, erst dann lasse ich dich ein Stück hoch. Und hopp! Oh Mann, ist das toll. Ja, ja, ja. Ich komme ja schon. Ja, komm, hoch, hoch. Heißt, ne Nuklearexplosion hat er überlebt und jetzt will er frei. Und da haben wir unseren Speicherpunkt. Und genau an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Battlefield 4 Singleplayer. Tschüss!